hallo meine freunde willkommen direkt zu atlas mit unserem timi nach die letzten aufnahmen ich weiß dass gerade das letzte war keine ahnung wir ich habe nur um gespeckt ich dort habe vergessen kann jetzt keine smisi mehr machen aber hauptsache eine forge kann ich bauen gut wir bauen ein schiff wir müssen jetzt auf den gold schauen wir geben gas und ja genau das ist jetzt dass wir jetzt einmal der tag hat das lupi baut die haben wir da freilassen haben sie leider gleich als der b und alt julio beruf nenne ich ihn jetzt manchmal der nordische herkules oder wie wenigstens immer gesagt keine ahnung so schiebt gerüst steht die mich hat nur gerade um ob ich von eisen findet ich möchte eine flagge ja ich möchte eine flagge hinstellen dann nehme ich aber ich habe es auch noch ganz gut dann gehen wir weiter mit die hast du das klumpet alles bei dir im inventar was du noch brauchst ich habe gleich alles mitgenommen ja weil dann kannst du eigentlich schon zum skifilen hingehen weil ich müsste jetzt eigentlich nur zum gerüst ich habe schon die ganzen planken mit ich platz das habe das alles darauf und du kannst schon unter deck hingehen und die kasten gleich montieren irgendwo und der smisi und das mord der pestel und messen lagerfeuer noch dazu sechs stimmung nein wir unsere mission wird scheitern wir haben kein lagerfeuer games games brauchen wir wirklich für sechs hand bist du aber mit was hast du mich schubt mit schubst jetzt mit den zehn kilo hammer so jetzt warten wir fast mit kielster keine vondage ist ja nicht weit mal klumpet montieren wird man kurz die fahne da unten weg geben die text gebe ich dann noch 1 auf 5 jetzt eine flagge hinter gerüst das ist immer wohin setzen du kannst es nämlich wieder einfach wieder die flagge wieso kannst du das nicht unnädiges gewicht kauf weit bauern von da ich wirks gerade scheiße du darfst gleich weitermachen wo ich hier einfach alles rampe habe und ich gerade merke dass ich noch ein bruch auch schon habe weil ich irgendwie verhungere das ist schon seit längeren dann kannst du aus mir raus geschwind die ding nehmen irgendwas rausnehmen und weiter bauen kannst du noch weiter als ich rum bin und wie lange es geht bei mir weiter vielleicht kriege ich die planken noch an Oh, dass das halt mal zu ist, ja. Eine noch. Das waren sie, gell? Ja. So, weil dann fehlt eigentlich jetzt nur in der Mitte noch. Tester und dann Tester. Da lassen wir vorne wieder offen, gell? Also so, zu. Ja. Und da die Schräge. Machen wir Treppen oder was machen wir? Stairs? Mhm. Schauen cool aus, ja. Ich mein, die bringen das gleiche, oder? Ob Rampe oder Sting. Ist komplett gleich. Aber optisch. So, wenn's willst, kannst du weiterbauen da rein. Alles voll mit Zielings? Ja, sicher. Mach dicht alles. Vorher, dann nehm ich gleich die Segel und das Steuerrad mit. So. Ein Fass wird noch fehlen, glaub ich, gell? Wo kann man denn das Barrel machen? Eine Sheeling ist noch rüber. So, wo kann man denn das Barrel machen? In den Tal, oder? Ja. Ach, scheiße, das muss skillen, gell? Mhm, auch. Das ist bei Cooking und Farming drin, ne? Ja, direkt das erste. Ah, da. Da hab ich's, das hätte ich skillen sollen. Das hätte ich sogar noch skillen. Ja, ich hab's skillen. Ja, Bau eines. Na, ich seh grad nicht wo, wo ich das Missy Bond hätte können. Aber das hab ich leider jetzt, äh, keine Punkte mehr dafür. Ja, wieder verskillt. Na ja, komm vor. Ja. Ja, dann Bau ein Fass. Stell mal vorne ein Fassl rauf. Dass das irgendwie da vorne, ähm, ein bisschen Wasser sammelt, wenigstens dabei. Ich bin ja dann nur gestorben, Leute, dass ich da so einen schönen Leuchtbalken oben habe, auf dem, dass ich was sehe beim Arbeiten da. Ich hätt, ich hätte ich doch, dass du unabssichtlich gibst du bisher. Uuuuuh. Wirklich. Ist sehr heilig. Feind Kaben. Wursteh man, das sägels wieder hin. Fang mal vorne an, wenn klart. stellen wir das ganz vorne hin oder das wäre ein stück zurück aber das kann man nicht aufheben mehr das kann man nicht aufhören da wo ich jetzt stehe da wo ich stehe oder da hinten ans weiter weg weg es ist unsere leiche ich habe auch nicht so viel dass die auf einmal hergehoben so kommt es eine kriere hier hatte das wort bei einfach hier ganz dann mal wieder von der hoher leiter und bis darauf machen ja jetzt ich hätte zehn mit aber es ist das scheiße muss ich ehrlich sagen wo scheiße da was hat man schon mal na wurscht da wo bist du unten ich baue gerade die sachen auf na warte ich geb dir was da spiel dich mit dem habe ich hinstellen alles was ich ja stell stell hat nix komplett ohne aufhören sonst alles was wichtig ist zum beispiel kästen nichts ja aber jens wieviel weil ich habe da nicht drauf kommen was noch fehlt nämlich leute ihr habt es sich auch schon mal gesehen oder timi weiß nicht immer werde ich gemobbt es fehlt diese komische resource box da wo ist denn die tatsch und wut fehlt die schiff resource box ist wichtig nicht zwecksvoll pairing moment kurz so wieder da wieder eine leichte und verbrechung gehabt es kann ja es ist ja irgendwie hassen mich ja alles ist anscheinend ja unmöglich einmal aufnahmen zu machen wo ja ständig wer was will langsam grantelt mich das wirklich schon ein bisserl weil jetzt nervt es mich dann schon ungemein sauernd dass der in die telefonbenutzung läutet aber gott jetzt egal da steht ein wolf vor unserer tür ok wollen wir malo sagen ja sagen wir malo hallo wolf wie gehts da bist grad schön auseinandergenommen hoffe ich von der alfa so schaut ja schon mal gut aus haben wir jetzt alles timi ist da alles jetzt erledigt so überall ja eins wollte ich dich halt fragen den schule ich terry auch aufstellen na wo ich bin du magst also mal was anderes hast du einen ding hast du die leitern was ich dir geben hab ja wo stellen wir denn hin ja ich mein verbrauch das ist nach oben raus oder ja sicher ach du krachst das machst denn du ja tschuldigung ich hab grad ein mikrofon mit zug bei armbals dann klappt es hoch beim essen aber das wäre jetzt schon einfach das kommt mir auch grad zuvor ja so ich nehm noch ein bisschen metall mit rüber ja aufs schiff 100 oder so damit wir zum reparieren was haben und ich brauch noch einen repair hammer oder zwar wie ein aus mangel von materialien so prinzipiell haben wir alles wo sind eigentlich die ganze schatzkarten da in dem kosten drin gell leck mich doch ist da viel drin und wenn man die sortieren lasst den kasten dann ist er nach schatzkarten sortiert er das bei alphabetical müsste eigentlich noch nach der reise ändern oder ja da sind keine karten mehr drin oder hast du alle mit oder das ja aber ich hab da gerade jetzt aber reingekte und schwein und schwein dort die 10 k 15 wie sind das sortiert ein alphabet und dann macht den zahlen hey nice ned l kommt nicht vor i doch ach oh ja stimmt da war was da war andere andere als meine ich h l i k m da bin ich deppert anscheinend ok wo fahren wir übrigens neben so hin was war das jetzt k12 farmer dass sie was also k12 und j11 sammer na 12 sammer ok dann nehmen wir die mit j11 fahren wir nicht gleich nach j12 k12 j12 i12 naa i12 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 haben wir viele ich weiß wir haben wirklich viele jetzt müssen wir jetzt erstmal mal das ist alles da fertig machen h12 i12 i i 10 11 wow wir sind blöd dabei da werden wir keine mehr sein dass sie luther grüne ok ich schau jetzt auch ein paar k12 k13 brauche ich nicht und i12 brauche ich auch nicht ne ich hab 3 da auch was ah die mit dem schwarzen strich in j12 drauf wo es die schlucht ziehst da oder den fluss da in der großen insel ja ja wir können was die staatsgarten wir haben der artarik und ich habe uns das angeschaut wir waren dort es ist so eine arschloch insel du rennst da wir sind die ganze insel abgrenzt auf einer seite irgendwo rauf können mit einem tier und dann wieder runter und dann wieder hin und her das hat ewig dauert für eine karte mit 50 gold wenn die es nicht der wenn das kreuzet direkt am rand ist dann schmeißen wir es weg hat der tarek und ich beide gesagt das ist gescheiter da verlierst du so viel zeit auf der insel die es ist ein wahnsinn die schaut zwar hübsch aus die insel aber welche insel mit so einem mit dem dunklen strich in der mitten na da habe ich sieben schatz ja gut dann zahlt sich ja vielleicht auch ok sind wir soweit haben alles ich habe jetzt da oben matze bau reingelegt ich lege da unten in der kiste bei dir jetzt noch ein repair hammer hin hast du deine dinge alle mit hast du die schaufel mit ist die frage ja schaufel habe ich mit lege ich dann den kasten nein lege ich den kasten vergesse ichs wieder ja ich habe repair hammer habe ich auch mit jetzt bei mir aber sonst ja passt also ich wäre soweit ah ja genau ein tier sollte man mitnehmen hehehe wäre vielleicht gut oder ist jetzt ein lagerfeuer schon irgendwo hingemacht lagerfeuer nicht ne nein hehehe ok äh äh holst du oh das wichtigste fehlt ha ha das muss ich auf jeden fall noch mitnehmen komm nicht das fehlt mir so 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 Organic Paste nehmen wir auch mit für den Sattel dann Kann man den, achso, den können wir überhaupt craften? Ja, in der Tannery, gell? Sonst Lagerfeuer haben wir noch wohin? Leute, wir sind abausfahrbereit gleich Legen wir das Feuer da her, oder? Nehmen die? Nein, nein, nein Nehmen Mortar und Pestle ist blöd, wenn man einen zweiten aufstellen will, dann, oder? Weiß ich, das stellen wir ja nicht, wir craften ja einer nicht da die ganze Zeit Gewischt So, Essen liegt da auch drin, aber noch nicht gebraten Holst du die Tiere, dann crafte ich noch geschwind was und dann Abmarsch Ja Wir nehmen den Wolf aber eh mit, ne? Schon Ein Löwen Löwen und Bullen hätte ich mitgenommen, oder? Ja, Bulle war letztens sehr brauchbar Die Organic Paste nehme ich noch mit Was wir da haben noch drin? Gibt da auch irgendwas drin was wir brauchen? Holz ist wurscht, kriegen wir hier doch Organic Paste nochmal So, was wir auf jeden Fall noch brauchen Auf jeden Fall Ta-daa Ah! Achso Wie... Alphamöbe was fü- Ich schieße einen Wolf in den Ohren Und... Ich schieße ihm das in den Pfeil in den Ohren, oder? Und es zählt sich jetzt schon Naja, wer weiß, wo der sein Kopf hat Hast du ein Holz irgendwo? Mit? Jetzt habe ich 10, ja Scheiße 50 Holz, baue ich noch kurz Klingt gleich wieder da Mhm So, was machen wir denn da? Da taufen wir das Schifftransporter... Machen wir da einen Transporter draus, oder? Ja Kommt drauf allem, damit meine ich, wie benennen wir es Und auf was skillen wir es Gewicht, oder? Gewicht eher Dann nenne ich das Transporter dann Ich hab's jetzt schon... Das Beton... Falsch benannt, aber... Das ist wurscht Ich dehydriere... Yay So, was was mir jetzt noch fehlt? Na Fischöl Fischöl Ich hab 20 Hast du Fischöl? Ja 20, ja Ich möchte nämlich unbedingt jetzt, wenn wir so einen Schwack finden, ähm... Das Diving Attachment probieren, ne? Wieso ist da kein Fisch überall? Ich wollte noch ein Fisch mitnehmen Ernsthaft? Das ist kein einziger Fisch? Das ist aber nicht wo, oder? So bist du? Ja, ich grabe gerade nur nach Wasser Ich bin schneller Mit? Graben nach Wasser Ich glaube nicht Ich hab ein Fantäne hinter dir Hähähähähäh! Meins! Ahahahahaha Eh wurscht, wenn ich das spawnen, komm! Leitern, hast du jetzt schon aufgebaut irgendwo? buchnagel auf die seite sollten ja dann mach auf die seite aber leidung nach geht das machst du geschwind hin so der finger attachment das ist es nicht vergiss kann man ihn an eine stelle bauen so dass man da das war's abbauscht ich komme nicht hoch aah die greifen bei uns, siehst du sie? die riemen immer noch nicht Ich hab da gesagt, hol du die bitte. Ja, ich kann den noch hundertmal anschießen, das ist ein Haar, aber er verzieht sich eh gerade. Komm mit, Schnurli! Warum kann ich den Fisch unter Wasser schwer nicht abbauen? Was ist denn immer? Weil mir faktisch nicht ist. Komm, ich glaube nicht. Dann schaffst du es. Was? Hat sie den Haider töten? Ja. Hm? Hm? Okay, schau hier. Er hat sich eingepackt beim Flüchten in der... ...in der... ...Shipyard. Haha! Ich bin ein Haiertöter. Fürs Fischöl nehme ich Wasser mal abbauen, wurscht, oder? Ja, das weiß ich selber nicht. Pfeile! Jawohl, ich hab ein Pfeil von dir. Jawohl, ich hab den Manta draußen, glaub ich. Oh, ich wollte gerade ein Haar wegtreiben. Ich sterb gerade. Na, tust nicht. Ich hab schon einen Knochenbruch. So, Bule haben wir, Ding haben wir. Abmarsch. Das legen wir gleich da rein, alles, gell? Ins Diving Attachment leg ich da rein. Das ist da. Ja, guck mal. Ah, 60 reicht. So, fahren wir? Schon. Wir haben schon 16 Organic Paste. Wo? Da, in der Ding. Wieso hast du das Ding? Weil das Stapeln kann übereinander, und da Herr Omekern stört. Ja, ich weiß, dass man's da reinlegen kann, aber... Du weißt, ja... Letztens hab' gesagt. Ja, ich will nur da nix reinlegen immer, ähm... ...und die das in der Base bauen, weil ich Angst hab, dass die irgendwann mal sagen, hey, äh... Das kannst du leider nur auf Schiffe stellen, und das zerstören auf dem Land. Was ja passieren könnte. Also... So, fahren wir? Haben wir alles? Ja. Schatzkarten haben wir, Schaufeln haben wir. Ja, Schaufeln haben wir, Schatzkarten haben wir, Matz haben wir mit. Los geht's, oder? Mhm. Warte mal. Release Ship. Tja, wir schauen da jetzt in welche Richtung? Südlich. Wir müssen, äh, wir wollen nach... ganz nach... Osten eigentlich, gell? Mhm. Mhm. Ja? Das ist Lawless, gell? Äh, du musstest die Segel aufmachen, gell? Warte doch kurz... Oder... Fahr du mal kurz raus, ich komm gleich. Drück nur nach vorne, oder so. Darum liegt ein Fisch. Ein toter Fisch, genau jetzt wo ich das im Endeffekt gesagt hab wegen einem Ding. Nehm ich den da mit. Keine Ahnung, wieviel man da wirklich braucht dafür. Das Ding hat fast zwei Drittel von dem rausgegeben, was auch der Heifisch rausgegeben hat. Was? Ja, ich hab 22 und beim Heifisch hab ich 36 gehabt. Uh. Ich bin da. Naja. Ja, mich geht das so rausch, dass die ganze Zeit... Uah, 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 macht's. So. Willst du fahren? Ja, auf den Miros. Mach du nachher dann schön mit meiner Leiche weg, man geht das auf die Nerven des Leichen wegmachen immer. Okay, ciao. Aber du... Du siehst nicht mal auf der Steuerrad. Äh, machst du die Segel auf? Ich bin in Ruhe. Ja, hab ich. Zweites auch. Vorne. Hast du schon mal Gelenkzeitenpatch? No. Dann drück ich mal E kurz auf so'n Segel. Achso. Main Station Speed Strip. E drücken einfach. Ja. Kurz. Achso. Achso. Der haltet sich jetzt an. Du kannst mit W und S aufzumachen und mit links rechts das Segel drehen. Mach zu. Hey, sehr gut, cool. Ja, aber es ist lässig, weil so lange ich vorst, das alles irgendwie so hinzubiegen, dass das dann... Kannst du mir gefallen tun? Und ich kann an Steuer... Es geht nicht jetzt seit einem Patch mehr, seit die letzten... Äh, ich kann den Kompass nicht rausnehmen. Habe ich im Forum schon gelesen und haben mehr an das Problem. Und wohin wollen wir Osten? Nein. Genau, genau Osten. Ohja, nach rechts fahren wir ab. Ja, genau Osten. Ja, wir fahren... Wohin fahren wir? Osten, perfekt. Ja, passt. Dann drehe die Segel nach und... Wir geben Gas. Wir haben Spaß. Yippie. Du kannst es aber so wie früher auch noch drehen, gell? Ja, wie schon früher dreht. Mit Rotate und dann noch so gerade. Was? Rotate Sailor und dann hast du die gerade rund umstehen überall. Ja, eh. So kannst du es auch noch drehen immer. Nicht nur mit dem Anhalten dran. Ja, hab ich ja eh gemacht. Ja, wollte ich ja noch sagen. Glaubst du es andere? Mach ich? Das ist ja... Es ist deppert, weil die Kamera die ganze Zeit hin und her hüpft. So. Jetzt können wir gleich überlegen, wenn wir dann in Osten sind, ja? Ja. Ja, die kann da wirklich nicht am Kompass schauen. Sehr gut. Wenn wir dann im Osten sind, da ist gleich eine Insel dann. Ähm, wenn wir da rüber fahren und finden, dass da ein versunkenes Schiff jetzt irgendwo... hm? Wer geht denn tauchen? Willstest du machen wegen der Aufnahme? Einmal ja, sonst nüch. Ja, du musst ja rum aufpassen und wegfahren, falls irgendwas passieren soll. Levelst du die Schuna? Ey, nehmen wir Kisten mit, weil da links einer ist. Ja, Gewicht. Wie viel Crew haben wir? 14. Reicht. Wow. Scheiß auf die Kiste. Ja, die Lilonen haben bis jetzt immer bis zu 10, 12 Münzen rausgegeben. Die Weißen und Goldenen immer nur so, und zwei die Weißen und drei, vier die Anderen. Und da ist wieder Lilone rechts nämlich. Ah, montier die Leitern außen am Schiff. Sonst kommen wir nicht raus. Mach ich. Oh, ah ne, nur hinten immer, ne? Okay. Da hängen wir nachher eine zweite nach oben. Achso, ich hab ja noch Leitern. Ja, du kannst auch rauf auf den Aussichtsturm eine bauen, als du willst. Aber es wird nicht reichen für ganz oben. Und nachbauen kannst du das grad nicht wirklich, weil... Ähm... Nachbauen kannst du das grad nicht, weil wir kein Ding haben. Kein Loben brauchen wir dafür. Ja, wir werden keinen Parag mehr finden jetzt wahrscheinlich. Wir fahren nicht genau rosten, oder? Weil dann müssten wir ja 90 gradig auf die Barriere treffen. Wir fahren. Wir treffen aber nicht 90 grad auf die Barriere, sondern aggressiv. Dann drücken für 0,5 Sekunden. Was soll ich drücken für 0,5 Sekunden? Ähm... Nach links. So, Ghost-Schiff gleich Ausschau halten. Hä? Versunkene Schiff! Das werden wir jetzt ansteuern. Ein kleines Schiff fahrt auch drauf zu. Nein! Sollen wir uns räumen? Ja. Ja. Warte mal, das ist der Slug, gell? Mhm. Die kann eh... Die hat eh kein Diving Attachment. Geht weg! Machen wir alle Segeln nachher dann zu. Soll ich tun? Ja. Aber nicht die hinteren... Ja. Aber ich schon. Fährst du ins Wrack rein? Ja, ist wurscht So, hältst du für den Ausschau nach Ist alles zu? Ja, ist alles zu Hältst du Ausschau mal? Leute, wir gehen tauchen Oh, ich sehe überhaupt nichts Scheiße Ich sehe wirklich nichts Bye Ist das scheiße? Bye, ich quitter Sofa Sogar wenn ich auf dritte Person zurückraule Habe ich das Gitter noch vor mir Scheiße, ich hätte nicht alles mögliche mitnehmen sollen Falls ich draufgehe So soll es draufgehen Ich bin ein Talent für sowas Ich greife wenig an, hätte ich gesagt Theoretisch nicht Hoffentlich Echt, ich sehe da nichts Ich bin auch noch nicht am Grund Wie tief ist das da? Ah, Grund Wo ist so ein Schiff? Ah, da ist Schiff gefunden Ja, find mal die Kiste Das mache ich Ich verdurst Wenn du draufgehst Schau, dass du so draufgehst Dass du mal Keine Sorge, ich habe noch 100 Leben Hm, ich finde da nichts Kann man da rein Ja, kann man Ich schau mal kurz Wo könnte da die Kiste sein Das Schiff ist in der Mitte auseinanderbrochen Das wird unter Deck sein Ja, gell Shit shop Das Geile ist, dass ich da rein kann Überall Äh, jetzt sehe ich nichts mehr Das ist alles finster Was mein Schlauch da mitkommt Ist cool, finde ich Wenn ich da eigentlich untergehe Vollkommen Warte mal, da hat was aufgerechnet Da Wo ist das jetzt Treasure Treasure Kiste Ist ja gerade aufgerechnet Quality 13,4 Ui Ja, aber ich komme da nicht hin Was? Naja, ich weiß nicht, von welcher Seite ich da rein Ah, auf der Seite Ist, ist was kaputt im Schiff Und da kann man auch besser rein Warte mal kurz Das sind mehrere Ist ja bloß schwer zu steuern Da, gell Töre Wo ist denn die Kiste dahinten? Wo drin ist da auch noch ein Loch Wenn ich da rein mache Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da hinkomme Ist doch der Sankern Irgendwas Ding Ich kann da runter nichts kaputt machen So, wie komme ich da jetzt rein Oben schaut es eh gut aus Ich sehe keine Ghost Chips Oder irgendwas Gar nichts Ich springe auch noch kurz rein Da wäre Stepper wirklich Ein bisschen Unlock da finden, wo du rein kannst Vor allem mit dem Gitter vorm Gesicht da Wenn du das nicht findest, dann lass mich mal Ich find's Ich weiß, wo sie ist, aber ich find da halt noch gar nicht Rein What? Unequipped diving suit? Hoppala Äh, nein Stimmt, du hast Loot Ne, da war ich's nicht Ja, bitte Das mach jetzt nicht Also ich bin schon Meeresgrund Ja, ich seh die Kiste da drin, aber Kommt da grad nicht rein zu der Und wo muss man da rein? Ist das ein bisschen deppert versteckt? Kommt, da muss ich da von ganz vorne irgendwo rein Na, gell Leute, das ist grad anstrengend Was passiert eigentlich, wenn ich das Boot bewege Also in Fahre Also ich nicht Also nur Dreh halt Hab's Jawohl Und das Boot ist dispawn Das kann ich gleich rauf Und? Was ist da drin? 176 Münzen Und sonst noch was? Äh, goldenes Legendäres Steintor Boah Naja Kann man halt immer das Beste rausholen, oder? Ein Steintor mit 145% Durability Ja Ja Auf dem Pfeu ist aber Kannst du auch mal glücklich sein, nicht über irgendwas Ja, ich bin nicht so glücklich Die Münzen sind geil, weil man öfter solche Facts findet Kannst du mich raufziehen? Gar nicht so ist Nein Oh, jetzt haben wir ja irgendwie hingehaut Nur unequipped Diving Suit Achso, dann macht das mal Habe ich nicht so glücklich sein, habe ich Eine Insel da ansteuern und ein Bär holen So, in etwa wird das jetzt laufen Aber es ist immer so stark gesund Und warum zum Hacker kann ich nicht auf ein Hopper schauen? Ah, Gott na Gut, wenn es euch gefallen hat, lasst es aber da Wir machen das weiter auch mit Tauchen Bis zum nächsten Mal Und viel Spaß Was auch immer Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Tschüss Vielen Dank.